Ich nehme einfach meine Mütze und drehe sie rum. Das ist ganz genauso, als ob man eine Maschine startet. Und wenn diese Maschine anspringt, fühle ich mich wie ein anderer Mensch. Ich fühle mich... Ich fühle mich... Wie ein Truck. Wie ein Panzer. 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 Wie ein Rancher. Untertitelung des ZDF, 2020